Hilfe. Ja, kann's einfach. Das müssen wir echt nochmal irgendwie überarbeiten. Wir müssen das alles mal ein bisschen hier ausleuchten. Ja, das müssen wir noch alles ein bisschen auf eine Ebene machen. Aber wir müssen wie gesagt doch komplett ausleuchten. Wir spawnen hier immer wieder neue Zombies. Wir haben ja schon ein riesen Gebiet, ne? Ja, das stimmt. Gibt's denn eine deutsche Serie, Tobi, die du gerne guckst? Ne, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Oder eine deutsche Show? Schlag den Raab, ist ganz witzig. Oh, danke Dennis, das für ein Arschgerät hat. Tv Total, ne? Bei Schlag den Raab war ich schon mal im Publikum. Da war ich da, als der Raab den Typen mit 0 64 zu 0 fertig gemacht hat. Ziemlich langweilig sein muss. Das war extrem langweilig. Und also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde niemandem empfehlen, zu Schlag den Raab ins Publikum zu gehen. Wieso? Weil's sehr öde ist. Finde ich. Und es ist auch sehr spät und irgendwann hängt man da auf halb drei. Tobi, brauchst du essen? Wenn man's am Fernsehen guckt, ist es spannender, als wenn man's im Studio guckt. Kann man vielleicht einmal machen? Ich würde eher sagen, man soll bei Tv Total mal ins Publikum gehen. Ich würde, glaube ich, auch eher zu Tv Total gehen. Weil das Lustige ist ja die... Ey, mich greift ein Skelett an. Komm mal ins Haus, wir gehen mal pennen gleich. Das Lustige ist ja, dass die Pre-Show sag ich jetzt einfach mal, also der Raab kommt dann vorher raus und so ein Gedöns ist spannender, find ich, und lustiger, als, ähm, weil die Band spielt dann und so weiter, das läuft ja alles im Fernsehen. Geben wir alle ins Bett, bitte. Ist lustiger, als die Show an sich, find ich. Also es kommt natürlich auch darauf an, welche Gäste du da am Start hast, aber fand ich jetzt persönlich war... Ja, bei der Aufzeichnung geht's wahrscheinlich auch viel nach Skript, ne? Ja. Und bei der Pre-Show halt, das ist halt alles so rumgeflachse. Genau. Aber muss man nicht erst 16 sein, um da hinzugehen, Tv Total? Mhm. Und dann brauchst du für deine Eltern, äh, von deinen Eltern brauchst du noch eine Einverständniserklärung, weil du ja im Fernsehen möglicherweise zu sehen sein kannst. Ah, okay. Und, äh, man sieht mich auch in, äh, ich weiß nicht mehr, welche Folgen ich da war, aber man sieht man mich da mal. Was? Ich hab dich damals gesehen. Ja, ich sicher auch. Hab ich mich voll gefreut, hab so gedacht, ha, dem hab ich immer nen Penis in den Mund gesteckt. So edelnde, dreckige Schwucht, oder du? Ja, ich musste mal wieder das Schwulniveau hier einbringen. Warum brauchst du einfach nur den Diener erwähnen? Ja, genau. Alter, hab ich getrunken. Ah, Tobi, ja, was ist denn? So, was machen wir jetzt? Oder gehen wir jetzt mal los hier? Äh, ne, wir machen auch gleich, wenn ich hier fertig bin, einmal ganz kurz die Welt zeigen, was wir bis jetzt gebaut haben, und dann geht's los. Könnt ihr mal bitte, äh, Tobi und Dien, könnt ihr mal bitte schon mal ganz viel Essen und so besorgen und ne gute Rüstung für, äh, für Sascha und mich machen oder Sascha kann ja helfen. Das kannst du vergessen, weil wir haben keine Eisen. Äh, Tobi, ich habe Eisen. Du weißt wo? Tobi, ich habe Eisen. Dann, ähm... Tobi, hast du noch Cobblestones? Hol' ich gerade. Ich kann euch beide eine Brustrüstung machen, ich brauche keine Rüstung. Ne, ich brauche auch keine Rüstung, ich brauche nur Essen, ich habe noch Rüstung. Tobi, hast du noch Cobblestones? Tobi, komm her, komm her. Nein, nein, ich gehe jetzt ins Lager gerade. Ne, im Lager ist kein's mehr. Kein Cobblestone mehr? Dann haben wir auch keinen mehr. Sascha, hast du noch welches? Nope. Ich habe drei Stacks oder vier Stacks, Dennis. Okay. Du siehst ja, was ich hier gerade mache, ne? Ja. Kannst du alles, was ich hier gerade kaputt mache, damit Cobblestones wieder ausstecken, dann ist das Studio endlich mal fertig. Ich mach das gerade. Ja, ich will jetzt erstmal, ehrlich gesagt, erstmal Essen besorgen, also... Ja, warte, warte, gib mir die Cobblestones in, hier. Ich habe keine Cobblestones bei mir gerade. Hä? Ich habe welche, aber die habe ich nicht bei mir. Tobi, kannst du die mitbringen, wenn du schon mal im Haus bist? Ich mach das doch gerade, Dennis. Ne, aber ich brauche die Cobblestones trotzdem noch für hier. Tobi, die sind nicht im Haus. Hä? Wo sind die denn sonst? Die sind in der Kiste von der, von der eine Höhle, die wir damals mal besucht hatten. Genau. Ja, das ist scheiße jetzt. Ja, da müssen wir gleich auch, da gehen wir ein bisschen Cobblestone mitfarmen noch. Oder wenn wir eh die U-Bahn irgendwann noch weiterbauen, da kriegen wir ja genug von. Ja, aber dann ist das jetzt hier nicht fertig, ne? Die Seite hätte ich sonst fast fertig gekriegt. Tobi, mach dir mal eine Angel und dann kommt man mit. Du musst ja alles fertig machen, ey. Du musst doch alle immer fertig machen, ey. Ich finde das nicht gut. Aber echt, Mann, was soll denn das? Ich finde, du tust voll mit Gefühle verletzen. Voll so traurig. Ja. Ich finde, Jenny ist voll die Schlampe geworden, ey. Ja, Alter, Jenny, man. Jetzt jeden Schwanz gelutscht. Schö, Alter, schö. So, wir brauchen auf jeden Fall noch Schwerter und sowas, ne? Habt ihr schon bei Berlin Tag und Nacht geguckt? Wenn hier jemand grad Jenny heißt, du guckst, tut mir leid. Und wir brauchen Schwerter, wir brauchen was zu essen. Was sagst du, Tobi? Habt ihr schon bei Berlin Tag und Nacht geguckt? Nein. Ja, Alter. Alter. Eine einzige Folge, hab's nie wieder geguckt. Alter, was für'n Scheiß, ohne Scheiß. Wie die alle aufsehen, das war. Ey, ganz ehrlich, ich frag mich immer, das ist ja gestellt, ne? Nein. Ne, ist alles echt. Dann haben die doch voll das Doppelleben, Alter. Mhm. Weil die ja bei Facebook auch immer so Videos machen, so wie die grade so am Essen sind oder sowas. Ja. Das ist doch... Warum hast du die bei Facebook geliked, Tobi? Ne, ich hab die nicht geliked. Aber ich hab jemand noch meiner... Abonniert. Ich hab jemand noch gefühlt, der die immer liked. So. Ups, bin ich nicht. Escape. So, unsere große Höhlentour steht jetzt an. Was brauchen wir denn alles, Tobi? Essen, wir brauchen ganz viel Essen. Wo seid ihr denn überhaupt? Ihr könnt euch mal bitte hier Angel machen und mitmachen. Ja, mach mal. Ich muss hier grad noch was fertig machen. So, schau der Budel da alles aus hier. Bei mir will grad jeder mein Wurm anbeißen. Okay, äh... Kobbel. Kobbel, Kobbel, Kobbel. Nigel, 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 nigel. Ich geh mal ein bisschen Holz besorgen. Ich hab Holz, zu genüge. Ich hab sehr viel Holz. Hast du... Dann, äh... Ja, wir brauchen sehr viele Waffen und so, ne? Schwerte und alles. Oben in meiner Natur ist Unmengen an Holz. Aber ich brauch davon noch was, bitte. Das Jungle muss Holz bitte drin lassen. Tobi, klopp mal rüber. Na, hol's dir, komm. Hol's dir. Juhu! Oh, ich hasse das, wenn mein Inventar voll ist. Hab ich's? Ne, toll. Ne, warte, ich nehm mir den Sand. So. Der, ja, go. Okay, warte mal. Ich räum mal ein bisschen hier auf. Brauch jemand Sand? Gib ihn mal her, ja. Alter. Oh, gib ihn mir. Den pack... Den pack ich gleich mal unten in die Truhen. Ja, pack ihn ein. Hört mal auf, es anzugehen. So viel kann ich jetzt auch nicht mehr... Alter, welches Alter hast du denn dabei, Alter? Ja, ich hab ja da hinten alles ausgebuddelt. Ich hab dir auch noch Sand gegeben vorher. Tobi, brauchst du Melonen... Dean, brauchst du Melonenkerne? Ja. Dicke, fette Melonen. Ne, ne, ich geh jetzt nicht ins Haus. Ja, dann, äh... Ich bin beim Steg, falls du hinkommen willst. Warte mal. Jetzt auch das gerade, aber... Wie ernst... Du sporten, Dennis? Ich sporte dich denn, dass du Dean. Do it! Äh... Tepe, Mafujux. Zu Dark in... Alter, was geht hier ab? Wo sind hier die ganzen Zombies? Hoch. Hallo Dean! Alter, sind die hier drunter? Guck mal, den Steg wollte ich damals, äh... hatte ich so eine geile Idee. Was ich da bauen wollte, aber... Na ja. Gut zum Angeln. So, hier sind wir Dean. Sieben und Captain beim Angeln. Guckt euch das an. Dark Instinct von Persi muss auch sein Geld verdienen. Ja, das weiß ich aber gerade zu sagen. Ich hab nur zwei Fische gefangen bis jetzt. Kannst du mir die Angeln mal geben? Ich will das auch mal ausprobieren. Wenn dir, äh... Wenn das Ding dann hinten nach unten geht, dann drückst du über den Rechtsklick. Dann kommt ein Fisch. Machst du da. Ups. Vielleicht hast du mehr Glück als ich. Nimmee 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 nimmee... Alter, Alter, Alter! Nimmee 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 nimmee... Warte mal, vielleicht... Warte mal. Genau, werf da mal hin. Was ist passiert? Alter! Alter! Wer hat da das Loch gelassen, wo die ganzen Monster rauskommen, Alter? Ja, wo denn? Alter! Aber sehr interessant. Ich mach das jetzt mal zu hier. Wo meinst du denn? Ja, hier, wo die ganze Erde ist. Warte, das war vermutlich... Ach, ich war das. Alter, voll die Todesfalle. Schick mal den Sascha rein. Ja. So, was machen wir denn jetzt am besten? Wie bereiten wir uns denn jetzt vor? Ja, ich hab nicht so viel Essen, das ist das Problem. Alter, ey. Weil bei mir beißt gar kein Fisch an. Ich hab noch drei gebratene Fische und zwei normale. Warte mal, Sascha, da sind auch noch welche. Das sind noch mehr. Sascha, da sind auch noch Fische. Drei Stück hab ich noch, ja. Drei, sechs. Das sind neun, das reicht. Ich hab noch Knochenmehl, da könnten wir noch mal die Farm hochzüchten. Yo, ich hab auch noch Knochenmehl. Tobi, genug Erde müsstest du haben, ne? Ah, ja. Und zu Noob, äh, zu Noob, weil ich hab noch drei Stacks zu lohnen. Was Noob, ey? Noob, Alter, ich schwör, ich hab Kott-Skills. Kott-Wollah, was schau, oder? Ich hab Kott-Skills, Mann. Ich scheiße in deine Schüssel, während ich oben auf dem Mars bin. Das hab ich voll Lust auf Kott-Bullgach. Ja, ne. Das bei Ikea ist immer ziemlich gut. Ja. Oder die Hot Dogs. Oh, oh, ja. Ja, das find ich richtig geil. Wie gegessen. Also ich bin mal so... Nee, ich war noch nie bei Ikea. Ich bin mal 36 Millionen mit, zum Notfall. Hab ich gerade gesagt, er war noch nie bei Ikea. Was geht bei dir? Er holt deine Sachen wahrscheinlich mal beim Sperrmüll. Ja. Suchen wir uns draußen und basteln das zusammen. Da fahrt einfach die Klebebahn hin. Geht doch. Kann man noch? Ich mach uns mal ne Rüstung und ich mach mir in einmal mit Wasser und Tobi in einmal mit Wasser. Dann haben wir beide einen, falls was ist. Ja, müssen wir denn gleich losziehen. Wir haben immer noch... Wir haben irgendwo Eimer. Ja, ich hab einen. Achso, ja. Oh, verdammt. Das ist jetzt doof. Ja, das ist dann wohl so. Ich hab zwei Eimer gerade. So, Leute, wir machen mal ne kleine Tour. Der Tobi ist ja gerade beschäftigt. Alter! Ah, Tobi. Nein! Alter, Hilfe! Tobi! Hä, wo bist du, Tobi? Alter! Ja, diese Scheißlöcher, die da unter sind, Alter. Alter. Alter, was war das denn? Wo bist du denn? Ja, Alter, genau da sind die ganzen Monster gespawnt. Jopp. Hast du recht. Mongos, ey. Warte, da unten sind meine Sachen. Bitte bau nicht zu. Ich geh die mal kaputt schlagen. Ich hau die kaputt. Warte, da sind meine Sachen. Warte, warte, warte. Ich komm gerade wieder. Zipit. Achso. Nein, du musst hier bleiben wegen der Hacke. Hacke? Ich bin Hacke. Alter, wie viele da unten sind. Oder folgen, wenn du willst. Ne, ich mach hier noch... Ich muss das mal zumachen da hinten. Ich hab nichts mehr zu essen. Ich kann dir nicht helfen. Ich bin weg. Ich hab noch zwei Herzen. Sascha kann dir helfen. Sascha! Was denn? Hier unten. Wo? Ah! Hey, wo bist du? Oh, ich bin geflüchtet. Alter Schwede. Das Loch lassen wir jetzt mal so, wie es ist. Das müssen wir beim nächsten Mal noch unbedingt da unten machen. Offenes Fotzenloch, Alter. Was? Was? Was hast du gesagt? I said open pussy hole. Glory hole. Hol mal den Kaffee. Was? Jolo. So. Dennis, die machen wir noch mal eine chestplate. Was? A chestplate. Und das hat er. Achso. Ähm. Alles voll. Alles voll außer oben. Genau. Ganz oben. Okay, danke. Ich kann uns keine Eisrüstung machen. Tobi, kannst du mal kurz gucken, was das ist? Warte mal. Guck mal jetzt. Warte. Warte. Ich hab da vielleicht eine Lösung. Warte mal ganz kurz. Mal. Alter, wie du aussiehst. Voll mit Fallen, die Flecke. Also, einer kann eine Eisrüstung tragen. Ich hab mir eine gemacht und jetzt kann noch einen anderen haben. Entschuldigung, Tobi. Entschuldigung. Kack, die Rüstung. Die Rüstung sei schon in die Ecke hier. Ja, ich bin ja immer der Opfer. Wo bist du? So, ich hab eine Lederjäcke und zwei Eisrüstungen. Und ich kann noch eine Lederjäcke machen. Warte, ich ziehe mich zu dir. Ja, der gibt Dennis Leder. Der trägt gern Leder. Oh, Lack und Leder. Na, Eis ist doch besser. Ja, warte. Die Eisrüstung ist besser. Ja, hier. Sascha, brauchst du auch eine Eisrüstung? Ich kann ohne gehen. Ich nimm deine Leder. Weiß ich noch nicht. Warte mal, wo ist die andere? Achso, die hat dir Becher. No, no, hab ich auch keinen Helm. So, wir brauchen einen Schwerter, brauchen wir. Ja, ich hab keinen Eisen mehr. Das war alles, was ich hatte an Eisen. Oh, eine Spinne. Ich kann uns aber Steinschwerter machen. Ich hab Cobblestone mitgenommen. Also, mir brauchst du keine machen. Ich nimm einen Ofen mit und brenn mir dann da eben schon ein bisschen Eisen. Ich hab einen ganzen Stack. Ich kann uns alle Schwerter machen. Ja, mach mal. Und wir brauchen auch noch andere Sachen. Ah, Alter, ich hab... Haben wir denn Cobblestones oder sowas noch? Ich hab... Ja, ich hab sehr, sehr viel Cobblestones. Dann gib mal so einen Block her, weil dann kann ich... Sechs Schwerter gemacht. Sechs Schwerter? Sechs Schwerter. Aber bitte lass in der Höhle gleich unten zusammenbleiben und nicht wieder jeder... Nehmen, wo hast du einen Cobblestone? Hier drin? Warte, ich... Nein, warte, ich mach das selber. Ich will das Cobblestone sparen. Hier hast du zwei Schwerter? Ich behalte zwei und dann kriegt der Sascha noch zwei. Tobi, brauchst du auch an. Ne, Tobi, wolltest du ja keine. Ne, ne, ich mach mir gerade. Ich mach's mir gerade. Achso, okay. Ist ja geil. So, warte, brauchen wir noch? Spitzhacken, ne? We need eat. Essen, ja, das ist das Problem, das ich sehe hier. Ja, wir haben... Dennis, ess nicht alles weg. Ich hör das. Ich hab sehr schlechte Energie, Alter. Da haben viele Zombies hier wieder kommen. So, warte, Dennis, bleib mal hier. So, warte, komm her. Alter, ich tue mal ganz kurz was in meiner Truhe, mein Inventar kurz auf, vor einem Moment. Ich hab Leiter, warum hab ich ne Leiter, weiß ich nicht. Ich hab Birkenholzbretter, brauchen wir nicht. Eichenholz, wenn ein Eileiter ist. Stein, ich hab ne Steinachs, ich hab zwei Steine, äh, Äxte, ich hab Sand. Alter. Ich hab dir gerade zwei Steine, äh, Spitzhacken, reingetan. Tobi, äh, Sascha, du kriegst auch noch zwei. Sascha ist, glaub ich, gleich gut. So, ich hab Lohnensamen für dich, Momento. Tu die in mein, äh, Tobi, brauchst du noch was? Ja, ich guck gerade noch mal Essen. Der Inventar sieht gerade ein bisschen katastrophal aus, ist aber jetzt einfach mal... Warte, Tobi, ich hab Essen. Ich hab hier im Ofen zwei Fische, ist aber fünf Fische. Und ich hab noch 36 Melonen. Oh, da kannst du mir die Hälfte mal von geben, wenn du da Bock drauf hast. Ah, ich... Achso, du wolltest ja Melonenkerne haben, ne? Warte, warte, warte. Ich tu die in deine Truhe. Ich tu die mal da rein, hier. Na, sind die Arme zu kurz? Hallo, Tobi! Äh! Warte, guck in deinen Ofenbild da rein. Ähm... Dien, hast du noch Cobblestones? Ja, sehr viel. Hau mal kurz rüber. Wozu? Ich würd mir, äh, noch ne Steinachse und sowas machen. Ich hatte gerade... Wir brauchen keine Achse in der Höhle. Ja, aber ich wollt mir trotzdem mal welche machen. Willst du ne Achse haben? Ich hab hier welche. Ja, aber ich wollt... Ich wollt auch mal was machen. Ja, dann mach dir ne Spitzhacke. Dat is wichtig. Ja, hau mal rüber hier. Eine... Ich hab schon... Ich hab dir zwei Stück gemacht. Walla, ich box dich gleich. Gib mir noch... Hast du keinen Cobblestone? Ja, ich will den aber sparen. Ich will nicht, dass alles weg ist wieder. Ja, das reicht mir auch schon. Mehr brauchst du mir gar nicht geben. Spanplatte? Ah, ne, Holz brauch ich noch. Holz hast ja genug, hast du gesagt, ne? Ja, kannst du nehmen. Hier, Oakwood Planks. Hab ich 52. Aber Jungle Boop möchte ich behalten. Äh, ach, hast du schon rausgenommen? Nein, hab ich nicht. Da warte ich. Ja, hier. Alter, wie geil sehen denn bitte hier die Ledersachen aus? Das ist... Ich hab mich grad voll an Diablo. Ich geb dir die Hälfte hier. Die Ledersachen sehen echt Hammer aus. Warte, ich mach mal auch noch Leder. Ich hab hier 23. Ich hab auch Leder. Brauch ich noch? Ich hab 14. Kannst du mir das geben? Ich will mir auch was aus der Leder machen. Hier, komm, ich geb den. Ja, ich hab dir schon deine Rüstung gemacht. Ja, aber so ein Helm. Das wär da was Schickes. Tobi, mach mal volle Lederrüstung. Ja, ich hab ja noch ein bisschen was anderes hier. Hier. Ja. Was sieht extrem gerne aus? Was ist denn das? Ja, die Icons mein ich nicht. Das sieht lustig aus. Wie bei Diablo früher. Die guten alten Tage. Das neue Diablo, find ich, ich find's zwar geil, aber es hat kein... Ja, es ist schon nicht schlecht, aber Diablo 2 war halt einfach ein Meilenstein. Ich mein, der Langzeitspielschwass, der ist nicht vorhanden. Aber den hast du im Bogen? Ja, ich hab im Bogen. So. Der ist voll intakt. Ich brauch aber hier, ähm, Pfeile. Oh, geil, danke. Wie viel sind denn das? 29. Hammer. Wie mach ich nochmal ne Hose? Ähm, ja. Die zwei mittleren müssen frei bleiben. Lalalalalala. Meinst du, die zwei mittleren müssen frei bleiben? Die zwei in der Mitte. Kann mir jemand sagen, wie ich nur ein Block auswähle von etwas? Ich geh grad echt auf den Schlauch. Wie, wie ein Block? Also nur ein, ein, äh, genau. Du nimmst die Kaffeletten-Stack mit linker Maustast in die Hand und drückst mit rechts einmal instrumentar. Ah ja, genau. Boah, ich hab's grad vergessen. Nee, nee, das reicht. Nee, nee, das reicht. Mal, weißt du, einer fehlt jetzt. Ich hab auch nur ne Kiste. Ja? Ja. Ruhig in deine Kiste. Meine Kiste. Komm mich mal bitte an. Oh, Alter, ich hab jetzt ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, äh, Steinspitzhacken. Oh. So, danke. Auf Wiedersehen. Warte mal, ich hab noch ne Eisen-Chess-Plate. Sascha, brauchst du die? Ja. Ja, dann komm mal in mein Zimmer. Ich geb dir die. Ja, ist das ein Angebot? Das ging aber schnell. Lalalalalala. Oh, was geht das mir? Bitteschön. Mach volle Lederrüstung, Colt, mal. So. Boots. Jetzt bin ich bestens ausgerüstet, ladies and gentlemen. Achso, wie mach ich mir denn so ne Lederrüstung? Ähm, soll ich dir die machen? Nee, sag mal, ich muss das ja auch mal lernen. Ähm, was willst du? Wie Leder hast du denn noch? Ich hab, äh, 14. Warte, ich geb dir mal meine 19 auch noch, dann kannst du alles haben. Ich brauch das eh nicht mehr. Ja? Der Instinct. Achso, du kannst, äh, mach mal jemanden. Ich bin jetzt am Handwerksmenü. Genau, jetzt, ähm, die oberen beiden linken und die oberen beiden rechten und dann ganz oben in der Mitte. Mach mal das, dann hast du schon mal nen Helm. Ah ja, und Schuhe hab ich grad auch schon gesehen. Schuhe auch? Ich weiß nicht, wie man ne Hose macht. Das hat der Tobi gemacht. Die beiden mittleren müssen frei bleiben. Warte, Sascha, ich hab noch zwei Sachen für dich. Wie die beiden mittleren. Du hast ja neun Felder. Ah ja, ich hab's. Hast du ja, gut. Okay. Ist ne Lederrüstung denn besser als, äh? Nee, überhaupt nicht. Aber das ist die Anfangsrüstung, aber das ist besser als nix. Warte. Yeah, Leute. Domokun hat nen Skin hier. Guck dir so an. Jetzt können wir alle noch mal pennen, würd ich sagen. Soll ich das Leder mitnehmen? Spitzack habe ich schon. Haben wir denn genug Essen? Achso, schon. Okay. Ja, ich hab. Sascha, kannst du mir bitte das Essen geben? So, Leute, alle ins Bettchen und dann geht's in der Folge gleich oder in der Aufnahme geht's jetzt weiter mit einer spannenden Höhlen-Tour. Juhu. Ja, wir haben nur noch fünf Fische, aber ich hab, warte, ich ne mal ein ganzes. Also wir sind jetzt so gut ausgerüstet, kann ja nicht gar nicht besser werden. Das wird gleich stehen. Ich hab ein ganzes Deck Melonen. So. Und bitte zusammenbleiben und keine unnötigen Viecher anlocken und alles, ne? Sascha, das ist mir nicht schwer. Wir gehen ja gleich in die Hölle und dann, ähm. Ja, aber ins Bett, Kinder. Es ist aber ins Bett, der das Schlafen zeigt. Dann besorgen wir uns mal Heiltränke. Yeah. Los ins Bett. Du kannst jetzt nicht schlafen, es sind Monster in der Nähe. Toll. Alter. Schlaf halt bei mir. Ho, ho, ho. Wohl, ne, wenn du bei mir schläfst in einem Bett, dann landest du immer außerhalb. Das Fenster hast du so und bring dir am Bett mit. Komm her. Aber bitte, äh, die Hände über die Decke lassen. Ne, das ist dann, äh, nie so nett. Wir brauchen keine Hände. Ah, nein. Nein. Du kannst nur Nacht schlafen. Jo. Tschüss. Guten Morgen, Kinders. Heute ist der Tag der Tage. Oh. Die helft mir. Oh. So, morgens Gebet an den Heiligen. Oh. Wir haben Besuch. Oh nein. Wir haben Besuch. Nicht angucken. Schnell, 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 warte, 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 warte. Ich hab' nicht angeguckt. Jungs. Ich auch nicht. Ich bin weg. Der ist einfach nur hier drin. Hier, warte, warte, warte. Das finde ich so behindert, ne? Stopp. Wir können hier einfach hier rein. Hier, hier, hier. Nimm. Nimm alle, nimmt alle. Alle Pumpkin-Heads nehmen. Pumpkin auf den Kopf tun. Ich will auch einen. Sieht aber schon extrem geil aus mittlerweile hier draußen. Muss ich schon mal sagen. Ja, ich will auch einen, die... Warte, komm her. Tun die auf den Kopf. Wo bist du, Dennis? Hier hinter dir. Hier. Auf den Kopf und dann kannst du den angucken, wie du willst. Tobi, willst du auch einen? Ne, ne, ich brauch keinen. Dafür züchte ich die ja. Warte, ist, hä, warte, ist. Warte, ist ein Problem, oder was? Aber achten, die ist damit stark. Nicht angreifen. Hast du ein Problem, oder was? Ich dring dich in die Ecke. Hä? Äh, was, Wallah. Uuuuh. Maschallah. Oh. Kommt einfach hier in das Haus, ey. Boah, ich fühl mich ein bisschen benebelt. Ja, ich...